hallo liebe freunde der nacht des suffs und der käuflichen liebe und herzlich willkommen im winter 1476 bei die gilde 2 renaissance in der haut von doktor 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 der veterinär medizin horst dijan ja in der letzten folge haben wir uns das nächste politische amt erschlichen so weit wir waren halt der einzige bewerber und versuchen heute zum landsherren aufzusteigen und ja wir schauen einfach mal was das jetzt so gibt das ist mir gerade noch mal eben notiz machen hier ja an den betrieben ich weiß nicht möchte jetzt eigentlich gerade nicht mehr allzu viel daran ändern ihr zwei könnt dann hier herstellen und du holst mit ihm zusammen die stein quater dann können wir da noch mal ein bisschen auf vorrat produzieren die kirchen lümmel können heute eigentlich zu hause bleiben ganz ehrlich weiß nicht was die noch großartig produzieren sollen lager ist voll macht man da wollte ja heute heißt es den den posten des landsherren an uns reißen quasi eine dynastie trauert aber erst trauern wir gemeinsam mit der dynastie schäfke um maya schäfke die heuer ihr leben ausgehaucht hat ist also die letzten zehn jahre haben sie alle ordentlich ins gras gewissen so du gehst jetzt erst mal ruf auf die mutter aus nach einer dynastie trauern da ok ich glaube wir wohnen ja gar nicht so weit weg oder hallo zu hin wo wohnen wir denn noch hier dann kann er mal einmal über die mutter und so penelope hofft aus der dynastie hofft ist heuer gestorben wir legen eine schweigeminute für penelope ein in vino veritas alea jakta ist so das waren jetzt irgendwie zwölf 13 schweigesekunden reicht auch wenn er mit penelope nicht wirklich was an der mütze das mal drauf achten ob er gleich sagt ihr seid schwanger eine dynastie trauert und die isabella kroski aus der dynastie kroski ist gestorben das ist auch sehr schade trainieren diplomatische beziehung blablabla warum alles nicht die simone trägt unseren stammhalter oder unsere stammhalterin unter dem herzen eine dynastie trauert ja die trauert jetzt habe ich ganz vergessen zu lesen wer da eigentlich ins gras gebissen hat nicht so schlimm wir können tatsächlich noch keine predigt machen ja ist der nicht schon mal gestern gestorben stimmt aber nicht der david ist doch gestern schon abgenippelt oder bin ich das blöd stufen gebäude erweitern da können wir auch nichts mehr machen ne das haben wir alles eine dynastie trauert ja martina schäfke aus der dynastie schäfke hat heuer ins gras gebissen die gildenmeister blablabla oh gildenmeister der patrone unbesetzt der verborgenen unbesetzt tja die haben anscheinend so langsam einen mangel an führungskräften wurde geändert dorfugt frederick balitz hat heuer entschieden dass die herz der rechtsprechung in fichtenhain fordern hart sein soll jan hiebert aus der dynastie hiebert ist heuer gestorben was macht denn ach der ist ja komm jetzt komm mal in die pusten und sie mal zu dass du da oben deine deine klamotten macht sie ja kriegen wir noch noch eine predigt kriegen wir noch hin gläubige gewinnen brauche nicht jemanden preisen und wir preisen natürlich wieder den könig was soll man anders machen äh eine dynastie trauert august faster mann die anderen dynastien stehen echt beschissen da oder die hatten 800 mitglieder so dass das gar nicht so weh tut wenn er mal in eins gras beißt das haben wir was haben wir denn hier 13 ja komm mal ernsthaft 48 wir brauchen zwei davon das heißt es reicht für 24 statuen das hier reicht für 14 das heißt ihr könnt auf jeden fall noch mal leben sammeln ton erde entschuldigung und so jetzt können wir so langsam dann auch schon überlegen was machen wir mit unserem nächsten nachfahren wir haben einen handwerksbetrieb beim einen gelehrten betrieb in einem kontor ist das vergünstigte wagen das heißt rein theoretisch könnte man weiß nicht patronen man könnte so ein gasthaus machen oder so ein bauernhof und gasthaus überhaupt irgendjemand zur kirche gekommen um die scheiß uhrzeit er geht ja morgens um sieben acht uhr in die kirche die produktion wurde unterbrochen das gebäude wurde auf ja ich weiß nicht wie soll ich denen jetzt das immer nix machen sollen kann man die hier irgendwie den kann man nicht sagen sie sollen gar nichts machen so dann gab es doch glaube ich hier aktion abbrechen oder sowas maßnahmen abbrechen das klingt doch gut euer gebäude biebelhaus vom munde abgespart wurde erfolgreich abgewertete aufgewertet abgewertet wäre auch schön durch mich die hälfte von meinem haus niederreißen brandbombe maßnahmen sabotage nehmen dunkle ecke ihr könntet die maßnahmen jemandem schatten ja was haben wir denn hier mit diesem gildensiegel mehrt ihr euren hohen und zusätzlichen punkt bei jeder hohen berechnung vorausgesetzt ihr hört der passionsgilde an wir nehmen erstmal das hier der tier haben wir hier einfach und training immer auch dann immer auch dann immer auch dann immer auch wir haben es doch die anderen siegel werden uns auch noch kaufen oder bin ich jetzt gerade ein bisschen zu geizig für jetzt schon mal zum rathaus gehen das brauchst du gleich wieder fünf stunden marie batel wurde nicht gerade im battle befördert bone battle oder so ach so steht darüber adam schäfke daniel schäfke ich wurde eine tochter geboren eine tochter keine ahnung wie wir sind denn die frauen so im mittelalter hier in den namen kannst du nicht festmachen ich brauche frauen am schnell verdammt jetzt geht man im kopf automatisch alle möglichen film und fernsehfiguren durch adriana passt schon gut so mutti ist fertig hier ach du könntest vorher noch mal eben zum markt flitzen dir deinen dolch holen aldermann wahl hansetag der gilde ältesten hat tatjana heyer gildenmeisterin der handwerker zu fichtenhain für das jahr 1478 zum aldermann der umgegend gewählt ruhm innerhalb der hanse beachtet ruhm der familie beachtet schön für euch die gilde der gelehrten sucht nach waren einmal nache stelle ich die eigentlich später her handwerksurkunde brief aus rom ablassbrief sieht nicht so aus als wenn ich die herstelle einmal nach passt für mich so von ist er mit euch nicht in ordnung hat mich gerade jemand umgeboxt ich hab dich im blick ich war nicht so weit ist er mit dem lumpen eine dynastie trauert ja ok burkhard fasstermann eine dynastie trauert meine güte schnell dorthin ja es gibt keinen gültigen ziel weil ich auf dem boden liege und ohnmächtig bin nein die bewirbt sich nicht weg ach komm komm schon gibts ja gar nicht wer bist du denn und was willst du an meinem kadaver hier lass die finger weg komm schon du hast noch eine stunde um wach zu werden das gibts doch nicht komm 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 jawoll ja und danach gehen wir mal zum arzt hebe mir den herrkopf da bist du noch k.o. gehauen auf dem weg zum büro kann man da jetzt schon rein ardua prima via est ne kann man noch nicht die laufende sitzung ja schön kann die sich nicht wegbewerben ich sehe doof über ihr ist doch eine position frei na gut dann brauchen wir der wahl auch nicht bei wohnen jetzt können wir eh nichts machen dann gehen wir noch mal zu mutti bisschen mehr nachwuchs schadet nicht das hat sich zacharia marquita bestimmt auch gedacht bevor ah ne hahaha wir gehen mal zum arzt für 400 schleifen ich glaube es ja nicht bei unserem glück müssen wir jetzt eh wieder drei tage beim arzt rumlängern eine dynastie trauert sandra bartel er hätte von anfang immer so eine liste machen müssen mit allen leuten die jetzt ins gras beißen eine dynastie trauert so komm 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 zum arzt wer trauert denn jetzt darian fast da mann also viele von denen sind nicht mehr übrig ne bankhaus gegen handel wo geht denn der hin ah hier hospital hospital der leiden linderung in vino veritas in vino veritas heißt das nicht irgendwie im wein liegt die wahrheit oder so äh hallo hallo wartet jetzt komm dann kannst du mal eben auf mutti drauf und dann kannst du schlafen gehen wir kneifen uns heute mal die predigt müssen wir gucken dass wir den irgendwie äh ne ein bisschen fit bekommen da ist so hier kommen wir einmal hier verkackt was soll's so dann gehen wir schlafen die simone kriegt ein neues kind also noch ein kind nicht ein neues das alte geben wir jetzt nicht ab deswegen und äh dann bleibt mir nur an der stelle mich nochmal zu verabschieden vielen dank fürs reinschalten und ähm ja freut mich wenn ihr auch beim nächsten mal wieder dabei seid lasst mir gerne einen kommentar oder ein feedback in irgendeiner form da und ähm dann freue ich mich einfach auf das jahr 1480 bis dahin euer quinn macht's gut und